Wir haben ja wieder schlecht angefangen, ersten 10 Minuten, steht 2-0, kannst du eigentlich schnelle Sachen packen, kannst nach Hause fahren. Ja, keine Ahnung, Gründe kann ich jetzt nicht direkt nach dem Spiel sagen. Wir schießen dann das Anschlusstor, sind im Spiel wieder zurück, sind sehr motiviert aus der Halbzeit gekommen. Ich denke, haben uns da ein paar Möglichkeiten erarbeitet. Man muss auch ehrlicherweise sagen, dass Pommes uns da auch noch weiter im Spiel hält. Ja, und dann dieser Elfmeter, wovor ja keine gute Kombination ist, muss man so sagen, ob das jetzt mit dem Feuer oder nicht, möchte ich jetzt auch nicht mehr beurteilen. Das ist halt so, wie es ist, ist halt passiert. Ja, es ist eine schwierige Phase gerade, wir müssen zusammenstehen. Das, was uns letztes Jahr ein Restart ausgemacht hat, Mund erwischen, nächste Woche geht es weiter und dann gibt es wieder drei Punkte und ja, trotz der vielen Kritik, die jetzt auch vielleicht von außen kommt, muss man halt wie gesagt zusammenstehen und dann werden wir das Ding irgendwann umreißen. Ich nehme sicherlich, war es nicht förderlich. Es ist dann schon was anderes, wenn du als Sechster in so ein Spiel gehst oder als Zwölfter, egal ob du dann noch zwei Spiele weniger hast, aber das ist alles, das sind Ausreden. Du musst die Heimspiele besser gestalten von Punkten her, dann fährst du auch mit einer anderen Brust hierher. So verlierst du wieder. Da kommt es wieder von allen Seiten auf die Jungs drauf. Und wie gesagt, das muss uns aber alles egal sein. Wir müssen das jetzt als Mannschaft durchstellen. Wir müssen wirklich auch die ein paar Sachen tiefgründig ansprechen und dann geht es weiter. Immer weiter. Ja, also direkt nach dem Spiel halt gute Worte zu finden, für eine Niederlage ist schwer für mich. Wir haben riesen Chancen in der ersten Minute und Pups werden kriegen wir es 1-0-1. Das ist sehr ärgerlich. Und dann halt, gleich danach kriegen wir es 2-0 und dann halt ist es schwer, gegen so eine stirbigen Mannschaft zurückzukommen, so wie die Mannschaft zurückkommt. Es war es halt in Ordnung. Anschlusstreffer. Und das sind wirklich, das sind heute sehr gute Aktionen gehabt. Ja, und kommen wir raus aus der Halbzeit. Wollen wir, wir haben halt einmal gewechselt und wollten wir halt wieder Druck machen. Wir haben halt gute Aktion. Aber letztendlich die klare Torchancen hatte Wiesbaden. Pommes hält den Wiesbaden zweimal richtig, richtig gut, weil wir einen kleinen Stellungsfehler haben auf der linken Seite. Und dann hofft man, dass man halt selber die Aktion hat. Wir haben halt zwar Aktionen gehabt, aber es war nicht, dass wir sagen, okay, das ist eine hundertprozentige Torchance. Und deswegen, ja, beim Heckball. Ja, wir wollten halt ein bisschen umstellen, um den Charter anders zu ordnen. Und da war ein bisschen Missbeständnis da. Und dann kommt ein Elfmeter. Ich weiß nicht, ob es der Elfmeter war oder nicht. Ich habe es noch nicht gesehen. Aber ich schieße da gepfiffen und dann gehen wir mit 1-2 vom Platz. Das ist bitter, weil ich glaube, heute mehr drin war. Aber wir müssen wissen, dass wir uns nicht mehr wissen.